Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, auf den angebotenen 4,99 Euro Mystify Mambas steht auf der Unterseite 3VDC or 2XA. Die Maus hat aber keine Batterien und USB hat 5V. Das Plastik hat grobe Korngrenzen und ist unabhängig gebossen. Die Maustasten sind extrem klapperig und haben einen komischen Druckpunkt. Die Mäuse sind in eine Plastikhülle eingeschweißt, aber auch bereits in der Verpackung verkratzt. Es scheint sich um alte Fälschungen zu handeln, die Maus kostete 2004 schließlich mal 45 Euro. Der optische Sensor reagiert aber ganz okay. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.